Wir haben heute den ersten Eröffnungstag in Edeka Entenhardt. Wir sind rundum zufrieden, der Markt steht top, die Frische ist da, die Bedientheken sehen einfach klasse aus. Der Startschluss war um 7 Uhr, die ersten Kunden waren da, die ersten Resonanzen waren bestens. Wir haben Knüllerpreise gemacht, wie zum Beispiel Coca-Cola für 7,99 Euro. Frische Erdbeeren und Spargel vorne im Eingang sehr hervorragend aufgebaut, wo der Kunde einfach stehen bleibt und geflasht ist. Hier beim Edeka Entenhardt die neue Eröffnung, was ganz besonderes für uns, nach einer Woche Vollgas dran gezogen, Sortiment einmal ausgelagert, den Markt neu aufgezogen, Regale sind rausgeflogen, neue schöne Regale in den Markt rein, vom Design, von der Optik ein wenig was verändert, vom Sortiment wesentlich breiter aufgestellt. Wenn mal irgendwas nicht vorhanden sein sollte im Markt, sprecht uns einfach an, kommt auf uns zu. Wir können fast alles möglich machen, kriegen wir alles hin. Ich bin hier sehr stolz in unserem neuen Baby zu stehen. Wir haben hier in 6-7 Tagen Umbauzeit extrem viel geschafft, wie ich finde. Die Mitarbeiter haben alle mega gut dran gezogen. Das Ergebnis sieht man heute und ich glaube auch die Kundenresonanz zeigt, dass wir da den richtigen Weg eingeschlagen haben. Also wir haben alles komplett einmal umgebaut. Hier ist alles jetzt viel heller, einladender, man sieht viel mehr Farben. Eine kleine Bio-Ecke, damit wirklich der Kunde direkt reinkommt und Bio sehen kann. Wir haben eine schöne Special-Ecke für Exoten, damit wir wirklich ein bisschen mehr an Sachen wie Papaya oder Pitahaya anbieten können. Also frisch ist bei Edeka das A und O und dafür sorgen wir hier jetzt auch. Wir bieten auch Bauernliebe an. Das hat jetzt nichts mit Bauersuchfrau zu tun. Das ist Haltungsstufe 3. Besseres Tierwohl, bessere Tierhaltung, Futtermittel ohne Gentechnik, kurze Transportwege. Also ein super Fleisch, wo wir von Edeka End auch voll dahinter stehen. Wir waren immer Kunden hier, aber wir sind heute Morgen sehr überrascht von den Änderungen. Es gibt viel mehr Platz. Mir gefällt diese Weite, die jetzt hier entstanden ist. Ich finde das super. Ich glaube, dass der Markt auch hier in Haar sehr gut angenommen wird. Ich komme wieder. Ich werde wiederkommen mit Sicherheit. Wir freuen uns, dass so viele Kunden da sind und die Resonanz so hoch ist. 1. 3.